hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde dead by daylight heute mit der jägerin im polizeirevier von wacoon city ja diese map mag ich so gar nicht so verwinkelt und aber das leben ist kein ponyhof sonst könnten wir den ganzen tag reiten und da ist auch schon mein erstes opfer das ging schnell mal komm den kürbis der muss sein muss fröte lauf doch nicht weg sind genug haken für alle da und hier steht sogar der name drauf gar nicht mitbekommen wo der andere jen alarm geschlagen hat hier dreht man schnell gegen sie wurde gerettet das ist doch schön wenigstens so ein bisschen kameradschaft zwischen den survivern herrscht ich mich von der krähe erschrocken peinlich aber das gehört dazu hier ist ja alles wo ich so weit da ist ja einer ich mich selbst ausgeträgt und bin falsch gelaufen aber die habe ich noch einen mitgegeben wenigstens das ja das hast du gut gemacht chapeau muss ich sagen da bist du da runter ich hab dich gesehen und getroffen na komm die palette machen wir schnell weg stört ihr uns noch beim nächsten mal ja wo hängen wir dich auf und da sieht doch gut aus da zu dir zu dir komme ich jetzt ja genau ja ne das mache ich jetzt nicht mit ich brauche unbedingt neue äxte beile sind ja beide keine äxte ja sagt meine frau auch immer ich sagte mal äxte zu für mich sind das kleine äxte aber jetzt sind ja beide sie hat ja recht ja 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 ok das mache ich jetzt noch einmal mit mit dir Dann aber nicht mehr. So, ihr zwei. Tut mir leid. Ja, aber ich will nicht zu dir, ich will zu den Äxten. So kommst du mit. Oh, da laufen wir dann da hinterher. Willst du mich etwa blenden? Hm? Hm? Ja, dann folge ich lieber mal dir. Da habe ich vielleicht eine Chance. Naja, oder auch nicht. Dann holen wir uns erstmal Verstärkung. Ist ja schon gemacht. Jetzt sind auch noch hier oben die ganzen. Gehen wir mal schnell mal hier gucken. Ne, hier nicht. Hier auch nicht. Dann hocken die bestimmt alle hier jetzt. Ne, dann müssen sie da hinten sein. Da auch nicht. Das wundert mich jetzt. Ah, da sehe ich gerade Spuren. Ach ja, genau du. Auf dich habe ich gewartet. Aber weißt du was? Das Spiel mache ich nicht mehr mit. Ich habe ja gelernt. Nicht zu lange an Leuten dranhängen. Tja. Da hat er mich doch total ausgetrickst. Der kleine fiese Mückbär. Da. Ja. Ja. Ja, ne. Das mache ich so nicht mit. Da kann ich nur verlieren. Ja, ich habe dich weglaufen sehen. Ja, ich weiß, dass du da bist. Aber. Ich brauche neue Beile. Ohne Beile bin ich aufgeschmissen. Ja. So. Na, das war gut. Das war gut. Das war gut. Chapeau. Trotzdem werdet ihr den Generator nicht fertig. Oh, da sind ja schon zwei. Ja. Gleich. Gleich. Oh. Quinti-Boy. Oh. 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 Tja, ne, das Spiel mache ich nicht mit. So, den noch zurücksetzen. Ich bin ja nur noch da, um die Generatoren zurückzusetzen. Ja, da glaubst du doch wohl selbst nicht, dass ich das Spiel jetzt mitmache. Tja. Nee, in dem Bild hast du Korinthe. Nee. Er ist zurückgesetzt. Ja. Nee. Ja, das ist, wenn ich mich jetzt an einer Person aufhalte, dann führen die mich die ganze Zeit an der Nase herum. Das möchte ich gar nicht haben. Aber ich kann auch nicht die ganze Zeit jetzt hier hin und her laufen und nur die Generatoren zurücksetzen, damit die hier überhaupt keine Chance haben. So, da ist er doch wieder. Tja. Da hab ich sie. Nee. Du nicht. Dich hänge ich auf. Und es geht wieder zurück. Ja. Da sind die bestimmt gleich da hinten. Ja. Ja. So, wenigstens eine tot. Ich denke, es ist die eine, die mich am meisten genervt hat. Es ist schon jemandem rausgegangen. Es ist nur noch der Dwight da. Ja gut, der wird wahrscheinlich zum anderen Ausgang laufen. Den aufmachen. Ach, der wird definitiv. Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch schaffe, da rechtzeitig hinzukommen. Der wird da wahrscheinlich stehen und mir jetzt gleich wieder die Hocke zeigen. Oh. Ja, jetzt ist er auch raus. Ja gut. Ach, wenigstens eine habe ich bekommen. Ja gut. Mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich über ein Abo freuen und ein Like. Auch über Kommentare freue ich mich sehr, positive sowie negative und würde mich freuen, euch beim nächsten Video zu begrüßen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.